Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 5. Oktober Herodes mit seinen Hofgesinde verachtete und verspottete Jesus und legte ihm ein weißes Kleid an. Lukas 23, Vers 11 Kleider machen Leute, sagt ein Sprichwort. Wenn ich Bilder von Männern in Ordensschmuck, in gestickten Diplomatenfrecken oder in anderen Uniformen sehe, dann muss ich dem Sprichwort Recht geben. Kleider machen Leute. Nur bei einem einzigen ist es anders, bei Jesus, dem menschgewordenen Gottessohn. An dem Morgen seines Todestags trug der Herr Jesus vier verschiedene Gewänder. Zuerst seinen eigenen Rock. Dann legten sie ihm zum Spott einen roten Soldatenmantel um. Am Kreuz trug er nur ein Lendentuch. Und als Herodes ihn verhöhnte, hatte man ihm ein weißes, königliches Gewand umgehängt. Und doch, er blieb immer derselbe. Sein Gewand war völlig belanglos. Da versteht man, dass die Bibel in dem neuen Adam, den neuen Menschen, nennt. Jesus ist der wahre Mensch. Er ist der Mensch, wie Gott uns Menschen gewollt hat. Das empfand auch dumpf der Römer Pilatus. Als er den gegeißelten Jesus dem Volk vorstellte, rief er erschüttert aus. Seht, ein Mensch. Er wollte sagen, ich kenne Menschen, die eitel sind wie Pfauen, brutal wie Tiger, gemein wie Hyänen. Aber hier, hier ist der wirkliche Mensch. An Jesus haben wir nicht nur ein Leitbild. An ihm wird auch unser böses Wesen und unser verlorener Zustand vor Gott offenbar. Wer das begreift, dem wird Jesus zum großen Sündenvergeber und Versöhner. Herr Jesus, alles willst du uns sein. Alles. Amen. Jesus Christus, segne dich. Amen. Amen. Amen.